In der neuen Version haben wir die Performance bei DXF und DWG-Importen optimiert. Speziell Zeichnungen, die viele Bögen, z.B. Dämpfstoffstrafur, beinhalten, werden jetzt um ein Vielfaches schneller eingelesen und dargestellt. Das liegt daran, dass die Bögen bisher in sehr kleine, gerade Linienfragmente zerlegt wurden. Die daraus resultierende große Anzahl von Zeichnungselementen musste von Arcon importiert, verwaltet und bei jedem Bildschirmaufbau neu gezeichnet werden. Ein Bogen ersetzt jetzt also viele kleine Linienschnipsel und ermöglicht somit ein flüssigeres Arbeiten. Schauen wir uns exemplarisch den Plan dieses historischen Gebäudes an, welches sehr viele Bögen enthält. Ich zoome zunächst mit der Lupe den Eingangsbereich, mache dann einige Zoomstufen mit dem Mausrad und panen mit dem gedrückten Mausrad. All das funktioniert flüssig und performant, obwohl der Plan relativ komplex ist. Ich zeige, dass die Bewerbung beschränkt, wenn wir die Bewerbung, die Bewerbung beschränkt, um die Bewerbung zu verhalten. Ich zeige, dass die Bewerbung beträcht die Bewerbung beschränkt, um die Bewerbung zu verhalten.